immer mehr rentner bestätigen uns rentenzuschlag bis 7,5 prozent wird ausgezahlt rentenbescheide werden versandt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die sie sehen ich gucke ab und zu mal nach unten ich habe hier ein bisschen was ausgedruckt und da geht es um eine mail oder mehrere mails die ich bekommen habe heute am 16 7 2024 und dort haben uns verschiedene leute bestätigt rentnerinnen und rentner dass sie den zuschlag erhalten haben der schon auf dem konto ist und auch den entsprechenden rentenbescheid dazu erhalten haben ich hätte eine ganz große bitte an sie die sie meinen kanal rentenbescheid24 die auf youtube verfolgen wer von ihnen einen solchen rentenbescheid über diesen zuschlag erhalten hat das ist ja nicht ihr nicht der renten anpassungsbescheid 4,57 prozent sondern der zuschlagsbescheid dann schicken sie mir den bitte mal auf kontakt rentenbescheid24 die zu ich möchte mir den gerne mal angucken wie der aussieht ich behandle diesen natürlich selbstverständlich vertraulich da müssen sie sich keine sorgen machen dass ich den veröffentliche wenn überhaupt nur dann geschwärzt aber ich möchte einfach mal gucken wie das ding aussieht und was da alles so nettes drin steht also meine damen und herren gute nachrichten auszahlung extra rentenzuschlag bis 7,5 prozent geht los bescheide werden auch schon versandt alle diejenigen die es noch nicht bekommen ich habe es ja schon gestern in einem anderen video gesagt bitte ruhe bewahren abwarten drei millionen leute sind begünstigt von diesem rentenzuschlag und das dauert halt eben ein bisschen ich weiß sie warten schon lange über zwei jahre auf diese kohle aber jetzt geht so langsam los und das sind ja mal schon erfreuliche nachrichten näheres zu diesem thema wie immer auf rentenbescheid24 die ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche freuen sie sich bitte auf ihren rentenzuschlag ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel